So wünschen wir uns das, frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. James McCart, und jetzt die Schoß. Das Tor drückt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und hier aus Kurze Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Auge. Da kommt die Flanke. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Was für ein Tor! Gut auf außen gespielt. Und das ist dann Zeit für die Flanke. Und so entsteht das Tor. Und da macht er sein zweites Tor. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Und Tor! Der Abschuss ist natürlich krasse, aber die Vorbereitung, die hat er in sich. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Da kommt der Ball von Sigurdsson. Abgefälscht, drin! Der Verteidiger hat ihn noch berührt. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Theo Werckhoff. Schöne Flanke jetzt. Und Tor! Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse! Klasse! Was für eine Issste? Was ist das? Vielen Dank.